Moin und herzlich willkommen zu unserer heutigen Gartensprechstunde Rat und Tat zum Thema Blumenerden. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, was eigentlich eine gute Blumenerde ausmacht und woran man die Qualität erkennt. Derzeit im Frühjahr ist das aktuelle Thema eigentlich das Umtopfen. Die Pflanzen wollen neu austreiben, brauchen mehr Platz und werden dementsprechend in größere Töpfe getan. Aber auch das Thema Anzug spielt natürlich eine Rolle. Wer hat sich nicht schon mal vom Gartenmarkt vor dem Regal gefragt, hier ist so eine riesige Auswahl, was nehme ich denn eigentlich für eine Blumenerde? Woran erkenne ich jetzt eine gute oder eine schlechte? Im Grunde spielen mehrere Kriterien damit rein. Also eine gute Blumenerde, die muss einerseits das Wasser durchlassen können, um Staunässe zu vermeiden, andererseits aber auch das Wasser halten können, damit die Pflanzen eben entsprechend viel Feuchtigkeit bekommen. Sie muss schön locker und luftig sein, damit die Sauerstoffversorgung sichergestellt wird, aber gleichzeitig auch strukturstabil bleiben, damit man nicht nach einem halben Jahr sieht, dass die Erde 20 Zentimeter absackt. Das will man natürlich auch nicht erreichen. Gleichzeitig muss genug organische Masse vorhanden sein, um eben auch die mikrobielle Aktivität zu fördern und eben ein gesundes Mikrobiom zu schaffen. In dem spielt auch die Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle, auch beim Kauf von Blumenerden. Wir haben unser Sortiment so überarbeitet, dass alle Erden Bioqualität erreichen. Das heißt, sie enthalten 100 Prozent natürliche Inhaltsstoffe. Wir beziehen nur regionale Rohstoffe, das heißt keine Kokosfasern aus Fernost. Sie enthalten die lebenden Mykorrhiza-Pilze nach wie vor, um ein perfektes Anwurzeln zu garantieren. Und dazu sind unsere Verpackungen noch aus 80 Prozent recycelten Plastik. Heute möchte ich euch unser Neuprodukt, die Aktiverde, extra leicht vorstellen. Sie ist ca. 50 Prozent leichter als unser Durchschnittssortiment und erspart damit natürlich lästige Schleppen. Das ist aber nicht der einzige Vorteil. Und zwar verwenden wir statt künstlichen Polymeren einen ganz natürlichen und nachwachsenden Wasserspeicher, das sogenannte Sphagnomoos, das im Grunde wie ein Schwamm in der Erde wirkt. Das kann das bis zu 25-fache seines Eigengewichtes an Wasserspeichern halten und der Pflanzen zur Verfügung stellen. Ich rausche das Wasser nicht mehr durch die trockene Erde durch, sondern wird tatsächlich auch aufgenommen. Und der Gießaufwand wird gerade auch in Trockenperioden dadurch stark reduziert. Wer mehr Infos braucht zum Thema Umtopfen, findet ihr diese auf unserer Website. Den Link wie immer in der Bio. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Video in zwei Wochen. Macht's gut und bleibt sicher. Ja.